Am Dienstag in der Früh hat der heftige Föhnsturm die Stadt Salzburg erreicht. Dabei fegt er mit bis zu 90 Kilometer pro Stunde über die Stadt und hinterlässt massive Schäden. Schon in den frühen Morgenstunden wird eine Sperre für den Kapuzinerberg, den Mönchsberg und viele Friedhöfe, Parks und städtische Wälder veranlasst. Es herrscht erhebliche Gefahr durch umstürzende Bäume und herunterfallende Äste. Auf der Festung Hohensalzburg wird ein großer Teil des Daches abgedeckt. Das Areal ist nun großräumig gesperrt. Auch in anderen Regionen ist die Situation brenzlig. Im Süden des Landes beginnt es am Montagabend stark zu regnen. In der Gemeinde Mur im Lungau wird kurz nach 21 Uhr Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Mur tritt über die Ufer und überschwemmt das Ortszentrum. Mit Megafonen fordert die Feuerwehr die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben, die Keller zu vermeiden und sich in die oberen Stockwerke zu begeben. Die Gemeinde ist nun am Dienstagmorgen von der Außenwelt abgeschlossen. Auch in anderen Teilen Salzburgs mussten Straßen wegen Murabgängen, ungestürzten Bäumen und der Gefahr von Überschwemmungen gesperrt werden. Im Großalltal und im Gasteinertal kommt es zu kleinräumigen Überflutungen. Weil ungestürzte Bäume Stromleitungen beschädigen, sind im Bundesland Salzburg mehr als 3.200 Haushalte zeitweise ohne Strom.